Okay, weiter geht's. Ich hoffe, es leckt nicht da drin. Wie bei 358 Daten, die sich in der Schaffung basiert auf dem Programm. Der System ist das Herz des Programms. Für die Anomalien in der Daten sind Bugbots. Verantwortlich, sie besiege diese Bugbots. Es ist nicht genau, um die Anomalien zu verschwinden. Bugbots. Jetzt kann ich mich auch wieder erinnern. Um zugegeben, erhältst du SP, die du nach einer folgenden Säuberung gegen zahlreiche Belohnungen eintauschen kannst. Ich weiß, aber erstmal... ...meine Wut rauslassen an den Paketen. Ähm... ...der Paket, man sieht, geht es. Hat Auswirkungen bei mir. Okay, los geht's. Sie sichern können aus mehreren Ebenen bestehen. Wenn du siehst, heute Bugbots in einer Ebene erscheint irgendwo ein Link und du nimmst ihn zur nächsten Ebene gelangst. Okay. Ebene verlassen? Ja. Die nächste Ebene, okay. Okay. war ja... Was willst du eigentlich von mir? Ich muss bessere Kommandos bekommen, sonst dauert das länger. Ich weiß auch wieder warum die Musik hier in diesem Dungeon war auch richtig geil. Ich weiß nur, dass es ja eklige Missionen gab, die so eklig waren. Ich hab hier abgrundtipp gehasst. Er wurde aufgewertet, wie sie gehen, um den Schluss zu verbessern. Neue Fertigkeiten. Ja. Ja. Nehmt, 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 nehmt. Das ist mein Gehirn. Ich hab hier. Nehmt, nehmt. Ja, ich hab hier. Die. Nehmt. Ja, ich hab hier. Ich hab hier. Daher ist man die Möglichkeit. sp. kommando matrix war das ich habe keine neuen kommandos ausrüstungs matrix wir können jetzt aussuchen wie das jetzt sein soll stellt dann mal die kombus dann mal die kombus werden nicht mehr okay das soll so bleiben das habe ich auch später am ende das spiel zu entdeckt dass das einstellen kann was wir kommen man sich da machen kann man sieht ich bin ein ich kann eigentlich alles was ich muss mal sehen erst mal die dinge geben mich verstärken 0 schiff kann man immer gebrochen und 40 erfahrungspunkte er kommt jetzt die erfahrungspunkte wo wieder zurück der typ in der kutte ist weg es leckt gar nicht das ist perfekt kann ich das perfekt dann aufnehmen nur eine katze ins nur gott war wieder am spiel wo kommt die brücke auf einmal her ob es mit den seltsamen gegnern zu tun hat die ich gerade besiegt habe der sicht ist wieder normalisiert ist die brücke zurückgekehrt durch den parking das system kann es können anmaligen gelände besitzt werden und das hat die achtes vor ausrüstung ist ja okay ausrüstung ist dinge ja okay aktiviert an das gesteckt dann angeht okay aber erst mal die ganzen dinge jetzt mal rein tun die ich jetzt bekommen habe okay bald kann ich da weiter ach hey wir können hier einstellen was er schon ganz spiel an anfänger über normal über profil bis kritisch werden deine gegner stärker verunterlassen aber auch bessere items ich bin jetzt auch normal ich könnte jetzt ein auf anfänger machen aber nee so erbärmlich bin ich nicht ich mag es auch normal durch könnte auch profi machen aber nee ich mache es ja auch von normal jetzt macht keinen unterschied hier steckst du also tildos parker hat sich schon sorgen gemacht ach der wir haben jetzt wichtigeres zu reden schon gesehen die brücke ist wieder aufgetaucht dann wird es hier noch von diesen komischen blicken ich kann mir echt keinen reim auf diese machen ich auch nicht hast du vielleicht wenigstens den anhaltspunkt was denkst du denn echt du weißt was es mit den blöcken auf sich hat ähm nun ja nicht ganz aber ich habe in der spur wirklich na klar und weil ich so netter kerl will ich dir sogar davon berichten allerdings nur wenn du mit mir erkämpfst du hast dich schon irgendwie du willst du 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 wirst du bekommst du die entwürfen ja geht klar keine zurückkarte ja du wixer da habe ich dort darf ich das hier kommt muss bei dem machen es denkst du hast du da machst du schwachen kopf bei seiner bilder habe ich bekommen heiltrank von uns vom kampf einzuhalten müssen kommen wir sind ja okay mir ist zu anderen kommande verschwenden eisen gebraucht da sie aber nicht geladen werden müssen sind sie in notlagen praktisch okay es ist echt stark nicht wahr jetzt zurück mit der info raus ja ja ist schon alles okay also als ich die blöcke untersucht habe bin ich in einer super gespekte gestärkt begegnet wieso suspekt na wer rennt schon mit einer bei so einer hitze freiwillig in einer kutte rum dieser typ hat bestimmt was mit den blöcken zu tun du hast den keil in der schwarzen kutte gesehen wo in der nähe des wasserfalls aber als ich ihn kurz aus den augen verließ war er weg augen ließ machst du ja okay dann werde ich mal nach oben sehen ja ich weiß wo das ist wir können jetzt ganze gegen den kämpfen um heiltrücken zu bekommen aber ich weiß nicht ach so kommando matrix deine magie kommen wir schon nicht mehr unterbrochen wenn du schaden erleidest okay ich will da schon ein bisschen leveln ich weiß aber mal alten lebt er habe ich auch alle schüsse schweiler gelevelt das gleich kann sich der wasser springen gehen sie fast da rein ach ja die blöcke die ich schon zerstört habe werden dann so komische rosa blöcke da niemand hier ob er durch diese tür ist was ist das diese welt ist verletzt wenn schmerzen schwinden ein weg wird sich finden diese stimme wer bist du mickey was was ist das was wir denn gleisen oh Gott das blendet oh das war hell was war das das darf doch nicht wahr sein seht im tagebuch da steht ein neuer eintrag eine weitere nachricht lasst mal sehen diese welt ist verletzt wenn schmerzen schwinden ein weg wird sich finden was soll das denn jetzt bitte heißen die welt ist verletzt nicht bloß die welt nicht die welt diese welt welche damit wohl gemeint ist schaut besser mal auf den bildschirm na nun das ist dessen stimmen das wohl wahr diese welt ist nichts verbunden hä du bist verbunden mit wie bitte diese welt ist verletzt wenn schmerzen schwinden ein weg wird sich finden was soll das heißen verletzt hat das was mit diesen komischen Blätten zu tun der Schlüssel ist zur Rettung ist das Schlüsselloch ist das wieder so ein Rätsel der redet echt so wie ein Rätsel hey warte na nun er hat was zurückgelassen Sora kannst du mich hören Miki hier ist was komisch der Typ in der schwarzen Kutte hat ein er hat was zurückgelassen das wird das wie ein Schlüsselloch äh Schlüsselloch aussieht irgendeine Ahnung er sagt der Schlüssel zur Rettung wäre das Schlüsselloch hmm Sora benutzt das Schlüsselloch vielleicht bewirkt es ok ich probier's ich glaube ich hätte speichern gehen sollen nach dieser Sequenz werde ich niemals vergessen wo bin ich denn jetzt gelandet alles ok Sora ich denke schon hast du eine Ahnung wo ich bin leider nein doch die Anomalien sagen erscheinen hier ihren Ursprung zu haben wird ihnen sie wieder normal wenn ich ihn finde das kann ich doch nicht sagen sieh dich erstmal um schon dabei sei vorsichtig Sora eine starke kraft geht von dort aus ok und da ist ja unser guter alter freund der sich mit 0 und 1 verboten hat und rein und ehes und alles mögliche das statt dem bock wie sieht die genaunste städte blöcke hinterlassen kugeln die hier punkte einbringen dann abschneiden bestimmt ob und welche bonus item zu hälst wenn du einen bonus besonders schnell oder mit besonders viel restlp besiegst was wollte eigentlich ein verdammtes schwanzköpfe so 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 und keine sorge das ist nicht der richtige boss bisher ok ich dachte schon kann ich jetzt auch nicht rollen das wollte ich gar nicht machen aber nein ja es sah wenigstens schön aus das ist ja das mindeste so wie kenne ich mich noch mit dem boss so richtig aus du wehne die missgestalt kommt töte da eine kompanne wenn das irgendwie kannst jetzt kommt der richtige boss drei formeln die erste habt ihr gerade gesehen das ist nur wenig punkten gemacht aber das auch irgendwie langsam ok das ist ein bisschen langsam glaube ich jetzt nur in diesem kampf sturm insel sturm insel ich bin auch ein bisschen dämmlich oder komm ich bin auch ein bisschen Ich muss auch darauf achten, dass ich eigentlich nicht abkratze. Ich hab ihn noch getroffen, hallo? Hab ich denn jetzt nicht getroffen, oder was war dieses Problem? Kommst du hier? Ich glaube, ich mache das jetzt bis ich irgendwie 10.000 Punkte habe. Ich müsste jetzt bald sterben, hallo? Ich werde sowieso bald die Gelegenheit bekommen, mehr Punkte zusammen machen. Komm, mach mal deine komischen Fäuste hier. Dein Kampf dauert sowieso schon lange genug, ohne dass du das noch verlängerst. Okay, er ist bald tot. Komm, deine Faust. Okay, ich mache bis 12.000, das reicht dann. Genug Punkte gesammelt dann. Ja, er ist vielleicht tot. Ich muss mich jetzt gerade verarschen, so ein kleines Stück fehlt noch. Und ja, ich weiß, Leute, ich wiege zu viel. Hallo? Okay, komm. Die nächste Form ist nicht mehr so nervtötend. Die sieht man schon einigermaßen schnell, würde ich mal sagen. Hey, so eine Runde ausrasten. So ein kleines Stückchen hat gefehlt, das ist echt unglaublich. Aber er ist noch nicht tot. Und jetzt kommt der wahre Kern. Jetzt kommt der wahre Kern. Komm. Ich muss jetzt raus. raus. Wenn der mich trifft, dann bin ich weg. Natürlich gibt es dort eine Karte, kann man sehen. Oh. Ich habe so große Angst vor dir, weißt du. Ja, ich habe Angst vor dir. Wie kann ich anwesend nochmal? Ich hätte besser die Karte durchlesen, ähm, das Tutorial durchlesen müssen. Ich würde erst schon anvisiert. Aber wie habe ich das hinbekommen? Das ist hier die Frage. Das war knapp. Die Atemberaumung, das, oder? Bei mir. Eine Runde abspacken hier. Komm, lese dich mal auf. Power Ranger. Keine Ahnung, wie ich gerade auf Power Ranger komme, aber scheiß nicht. Komm jetzt. Nein, ein Busch hält nicht auf. Und er ist Geschichte. Und finaler Schlag. Und was hier Bonus kriege ich? Rang B, will es mich verarschen? Kann ich noch so lange gebraucht haben, oder was? Da hast du die Küsse, die ich gerade besiegt habe. Und das Schottenbomb, den ich gerade besiegt habe. Ah! Ah! Huh? Do you think Sora's alright? Wait, I'm tracking him now. Whoa! What is it? A new entry in the journal. No! More hurts than the one? We have just undone? Good luck! The sign is below. The sign is right. It is not the sign in the text. It is the sign. The sign is in the word. Let's go. That shows you a full sign. There is sign what's going to say. And then you can see this sign. It got to be finished. And the sign is in the ZSXS. . . Gee, das kann nicht richtig sein. Wenn die Daten geschlossen wurden, wir sollten die Dinge in meinem Büro sehen, was in meinem Büro, richtig? Aber was wir gerade gesehen haben, das nie passiert. Oder zumindest habe ich nie geschrieben. Das heißt, Sie zeigen uns die Dinge Sie nicht wissen? Hmm, ich weiß, was ist in der Journal passiert. Aha! Wir haben Sora! Okay! Hey! Oh! 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 Oh!